Hallo bei Phil's Philosophy. Mir geht es jetzt um die Frage, was heißt Transformation in der Philosophie? Da möchte ich drei Bedeutungen für eine Philosophie als transformative Praxis differenzieren. Wie oft jetzt eine Vorbemerkung, Schritt 01, wir schauen uns einfach in einigen Sätzen Bedeutungen des Begriffs Transformation an. Zum Beispiel, wenn wir sagen, für die Moderne war der Fortschrittsbegriff ein wichtiger Leitbegriff, für die Gegenwart mit all ihren Problemen ist eher Transformation ein Leitbegriff. Wir brauchen eine gesellschaftliche Transformation, auch unser individuellen Lebensstil, Stichwort CO2, eine Anpassung etwa in Richtung Nachhaltigkeit. Wenn wir so sprechen, dann sprechen wir von einer gesellschaftlichen Transformation, also die soziale oder politische Ebene. Wenn ich aber sage, ich studiere Philosophie nicht nur als Wissenschaft, sondern ich möchte dabei persönlich weiterkommen oder mich selbst finden, meine eigene Stimme finden, dann spreche ich von einer persönlichen Transformation. Und schließlich, wenn ich sage, in seinem Buch Vernunft beschreibt der Philosoph Herbert Schnedelbach, wie sich der Diskurs der Vernunft und ihr Begriff von sich selbst in der Geschichte der Philosophie immer wieder weiterentwickelt und transformiert haben. Wenn ich das sage, dann bin ich auf einer ideengeschichtlichen Ebene. Auch hier gibt es Transformation in der Philosophie. Im Folgenden stelle ich jetzt drei Bedeutungen einer transformativen Philosophie vor und diese drei Aspekte sind bei allen zu finden. Vorschritt 0.2 ist einfach ein Vorblick auf diese drei Bedeutungen, damit dann, wenn sie ein bisschen näher erklärt werden, man auch im Hinterkopf hat, was noch kommt. Die erste Bedeutung, die ich näher erklären will, da geht es da simpel darum, nicht nur besser denken zu können, sondern auch persönlich und gesellschaftlich einen ethischen Fortschritt anzustreben und dafür eine angemessene Philosophie zu haben. Ein Beispiel wäre so etwas wie die Arbeit am eigenen Charakter, am Lebensstil oder auch an den politischen Praktiken, wenn man versucht, sich da zu verbessern und nicht nur Denken und Urteilen in den Mittelpunkt stellt. Das zweite große Thema ist, wer darf eigentlich mitreden in der Philosophie? Hier den Kreis laufend zu erweitern, darauf kommt es an, bei dieser zweiten Bedeutung. Und damit erweitern wir, was überhaupt zum vernünftigen Diskurs gehört. Minderheiten erheben ihre Stimme, Stichwort Self-Empowerment, Gender, Race, Class, Interkulturalität. Beispiel, feministische oder postkoloniale Vernunftskritik weitet den Diskurs der Vernunft aus und damit transformiert sie den Diskurs. Und zu einer sehr wichtigen, auch dritten Bedeutung von Transformation, da geht es um Weisheit. Weise werden durch Philosophie, was heißt das? Das heißt, unsere Endlichkeit auf allen Ebenen anerkennen. Leben und Welt bleiben insgesamt unverständlich für uns Menschen. Wir sind weniger frei, als wir manchmal denken, wir sind viel abhängiger. Auch eine Form von Endlichkeit. Wir sind auch voneinander abhängig und, interessant wie die Philosophie uns gelingt, kaum die Letztbegründung unserer verschiedenen Wahrheiten. Also wir können sie nicht wie einen mathematischen Beweis irgendwie ableiten. Sie bleiben letztlich irgendwie auch etwas Kulturelles, diese Wahrheiten. Und auch das ist eine Form von Endlichkeit. Weisheit macht uns selbst und die Welt aber menschlicher. Und darum geht es mir. Beispiel wäre, wir werden bescheidener, wenn wir fremde Kulturen und ihre Philosophie kennenlernen. Und um diese Transformation, die in einer gewissen Bescheidenheit und Menschlichkeit liegt, geht es mir in dieser dritten Abteilung. Und diese drei werden jetzt ein wenig näher erklärt. Das erste nenne ich Stichwort nicht nur besser denken, sondern besser sein. Ich behaupte, das kann Philosophie. Philosophie als transformativer Praxis geht es explizit um ein ethisch besseres Leben, um eine ethisch bessere Welt und auch um eine hierfür angemessenere Philosophie. Und das beste Beispiel sind Sokrates und Platon. Sie wollten echte ethische Verbesserungen der Menschen. Denken wir an die Dialoge von Sokrates, in denen ihr seine Gesprächspartner in die Enge treibt und sagt, wenn du das erst richtig findest, dann tu es auch. Sie wollten auch Verbesserungen der Polis, also der politischen Praktiken. Unser Leben und unsere Gemeinschaft sollten wir nicht am äußeren Erfolg, an Einfluss, Macht und Ruhm ausrichten, so sagen Sokrates und Platon, sondern an einem echten ethischen Fortschritt, an Wahrheit. Und dafür entwarfen sie eine Philosophie, die besser war als die Philosophie der Sophisten. Sie war nämlich nicht an Partikularinteressen ausgerichtet, wie das bei den Sophisten der Fall war, sondern an der Frage nach dem ethisch Guten Selbst. Die zweite große Bedeutung, die ich für eine transformative Philosophie sehe, habe ich jetzt mal genannt, erweitern, was zum vernünftigen Diskurs gehört. Für die Philosophie als transformativer Praxis geht es darum, dass jeder und jeder die eigene Stimme findet. Und schon das ist eine Transformation, wenn man plötzlich, wenn es plötzlich Klick macht und wir merken, wir dürfen uns selbst und unsere Erfahrungshintergründe artikulieren und in den Diskurs einbringen. Sich selbst und seinen individuellen Erfahrungshintergrund in seinem Anderssein zu artikulieren, wir sind alle individuell und das heißt, wir sind alle abweicht, deviant, wir sind alle anders. Das zu artikulieren ist zunächst bloß subjektiv und dadurch typischerweise in der Philosophie nichts wert. Doch es wird zum Gleichnis oder zur Parabel für uns andere, die wir nicht diesen, aber stets auch einen individuellen Erfahrungshintergrund haben, die wir stets auch individuell und anders sind. Potenziell alle dürfen ihren Erfahrungshintergrund artikulieren und dadurch entsteht aus dem Subjektiven etwas Allgemeines und das ist die soziale Ebene. Das ist ein großer Unterschied, ob sich eine Gemeinschaft gegenseitig anerkennt und sich auffordert, den individuellen Erfahrungshintergrund, das individuelle Leiden auch, zu artikulieren. Und das bezeichne ich hier als Transformation. Die Stimmen von Minderheiten oder bisher Ausgeschlossenen bringen dann auch neue Aspekte in den vernünftigen Diskurs und dieser wird erweitert und transformiert. Das ist die ideengeschichtliche Ebene dieser Bedeutung. Ein Beispiel. Mitte des 20. Jahrhunderts begann die frühe Feministin Simone de Beauvoir, die Wirklichkeit konsequent aus ihrer Sicht, nämlich aus Sicht der Frau, zu beschreiben. Sie zeigte auf, wie die vermeintlich neutrale Normalität, was wir heute auch Standardeinstellung oder Default nennen, nicht einfach neutral war, sondern in allen Bereichen der männlichen Perspektive entsprach, deswegen war ihr großes Werk das andere Geschlecht, so gemeint, das Normal ist immer der Mann und daneben wird das andere gestellt, das andere zum Normalen ist die Frau. Ende des 20. Jahrhunderts beschrieb die Ethikerin Carol Gilligan wie die vermeintlich neutralen rationalen Ethiken, Utilitarismus, Deontologie, Tugendethik, eventuell eher dem männlichen Empfinden entsprachen und sie erweiterte die Ethik um die Care-Ethik, die Fürsorge-Ethik, das heißt große neue Teile der Ethik kamen überhaupt erst in den ethischen Diskurs rein, in dem jemand, Simone de Beauvoir, anfing, ihre subjektive Sicht zu schildern und später darauf aufbauend dann eine Ethikerin, eine feministische Ethik sich ausdenken konnte. All das ist Transformation. Und die dritte Bedeutung, weise werden durch Philosophie, menschlicher werden, was hat es damit auf sich? Philosophie als transformativer Praxis geht es darum, in der Tradition der Weisheit auf die Grenzen unseres Wissens, aber auch unseres Könnens zu schauen und unser Leben und unsere Welt und unser Philosophieren dadurch menschlicher zu machen, indem wir nämlich auf die Grenzen schauen. Wir sollen bescheidener werden, toleranter werden, weniger auftrumpfend und weniger wahrheitsgewiss. Man könnte auch sagen, weniger ideologisch. Darum geht es dem weise werden, weniger ideologisch zu sein. Integration von Endlichkeit kann uns und unser Philosophieren auf diese Weise verändern, erweitern, vertiefen, transformieren. Ein Beispiel. Wir begreifen, dass nicht nur wir selbst von der Gesamtunverständlichkeit des Lebens und der Welt stehen, sondern auch unsere nächsten Mitmenschen und auch frühere Generationen und auch Menschen aus anderen Kulturen. Sie alle vereint die Gesamtunverständlichkeit des Lebens. Allein dieser Gedanke ist ein in der Tradition der Weisheit. Wir begreifen, dass alle diese Menschen dennoch irgendwie die Aufgaben des Lebens bewältigen mussten und noch müssen. Zum Beispiel müssen sie irgendwie ein gutes Leben in der Gemeinschaft organisieren oder sie müssen irgendwie einen Sinn für ihr eigenes täglichen Kampf mit der Arbeit und mit sich selbst finden. Jetzt können wir begreifen, was uns trennt, also uns verschiedene Menschen, Mitmenschen, aber auch Menschen aus anderen Epochen und Kulturen. Das sind die individuellen und kollektiven Weltbilder. Was uns dagegen solidarisch vereint, das ist unser Menschsein mit all seinen Bedingungen, die wir uns nicht ausgesucht haben, die uns von außen gegeben sind. Ich will das noch einmal etwas verdeutlichen, was ist hier mit Weisheit gemeint. Alles, was ich jetzt blau gefärbt habe, gehört zu dem Bedeutungspol Weise werden durch Philosophie. Es geht um die Grenzen unseres Wissen und Könnens, dass wir sie integrieren in unser Selbstverständnis. Es geht um Endlichkeit, die Erfahrung von Endlichkeit, die Anerkennung von Endlichkeit und die Anerkennung der Endlichkeit im Gegenüber. Ein Beispiel ist die gesamte Unverständlichkeit unseres Lebens, unserer Welt und ein weiteres Beispiel sind die Aufgaben, die uns das Leben als Menschen schon immer in allen Epochen und Kulturen gestellt hat. Jetzt die letzten zwei Zeilen noch einmal rot. Was uns trennt, das sind die individuellen und kollektiven Weltbilder. Was uns dagegen solidarisch vereint, das ist unser Menschsein mit all seinen nicht freiwillig gesuchten Bedingungen. Zur Take-Home-Message. Philosophie ist nicht nur Wissenschaft, sondern ich möchte sie als transformative Praxis betreiben. Indem sie uns zeigt, wie unserem Leben und in unserer Welt ein ethischer Fortschritt möglich ist und nicht nur Erfolg und Macht, wie Sokrates Platon sagt. Das ist die erste Bedeutung der transformativen Praxis. Indem Philosophie uns ermutigt, Empowerment, die eigene Stimme zu finden und einzubringen in den Diskurs. Denn aus dem Subjektiven wird etwas Allgemeines und das kann unser Denken insgesamt weiterbringen. Und das passiert laufend in der Geschichte der Philosophie zum Glück. Das ist die Bedeutung zwei. Und drittens, indem Philosophie uns hilft, unsere umfassende Endlichkeit besser zu integrieren, in unser Selbstverständnis aufzunehmen und dabei nicht nur weiser zu werden, sondern auch menschlicher und solidarischer. Das ist die dritte Bedeutung von Transformation. Was heißt Transformation in der Philosophie? Ich habe euch drei Bedeutungen versucht darzustellen und ihr denkt unbedingt weiter darüber nach. Bis zur nächsten Frage bei Phil's Philosophy. And we'll see you here. Vielen Dank.